Es wird natürlich Wellen schlagen, was wir jetzt hier besprechen, Herr Aigner. Das ist Ihnen klar, ja. Ja, was heißt Wellen schlagen? Größer können die Wellen nicht sein, wie sie seit, ich weiß nicht, ein paar Wochen, Monaten geht das ja schon und die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen ja zugespitzt und, ja, bitteschön, dann schlägt es halt noch eine Welle. Ich bin der Geringste in diesem Spiel. Was wusste denn Franz Beckenbauer davon? Oder was weiß er? Ja, ich muss sagen, es tut mir furchtbar leid, weil der Einzige, der wirklich nichts, aber auch wirklich gar nichts damit zu tun hat, ist der Franz selber. Es ist eine Tragödie. Ich dachte, dass das geräuschlos über die Bühne geht, aber er tut mir wahnsinnig leid, weil der Franz hat nichts, aber auch wirklich gar nichts damit zu tun.